Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Ankündigungsvideo und wie immer spiele ich da Resident Evil 5. Ich meine, das hat mir ziemlich gefallen, dass ich da letztes Mal einfach die Videos gemacht habe, also das erste Video gemacht habe und dann einfach hier ein bisschen rumgespielt habe. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich werde jetzt zu den Ankündigungsvideos immer ein Resident Evil Kapitel nehmen. Wahrscheinlich werden wir das ganze Spiel dann einfach irgendwann mal durchhaben und es nicht mal merken. Ja, diese Knarre kann ich kaufen. Brauche ich nicht. Und wir nehmen Pistol und Rispicon wieder. So, verlassen. Was habe ich alles Neues zu erwähnen? Ja, da gibt es einiges. Ich habe zwar erst mal das Problem mit dem Sound lösen können. Es kann vielleicht sein, dass es noch einige Ruckler gibt im Spiel von Resident Evil 5. Das liegt aber höchstwahrscheinlich am Spiel selbst. Also an meinen Einstellungen kann es nicht liegen, an meiner Grafikkarte auch nicht. Und an meinem PC schon gar nicht. Ja, aber lassen wir das jetzt mal. Das hat jetzt damit nichts zu tun. Es gibt ja einige Sachen, die ich erwähnen möchte. Wenn dieser Typ jetzt mal endlich aufhören könnte zu brabbeln. Ich kann ja gar nichts mehr sagen, wenn der da irgendwie immer rumquatscht. So. Ja, wie ihr ja wisst, habe ich vor sechs Jahren mal GTA 3 aufgenommen. Und habe das dann einfach nicht mehr gebracht, weil dann mein PC kaputt gegangen ist. Und ich dann einfach keine Zeit mehr hatte auch dazu. Das kam alles aufeinander. Ich habe mich jetzt wieder dazu entschieden, die Videos zu machen. Ja, ich habe eine frohe Kunde zu machen. Den Spielstand von GTA 3 habe ich gefunden. Ich habe ihn wiederherstellen können. Beziehungsweise ich habe einen alten, kaputten Computer genommen. Da, wo der Monitor nicht funktioniert hat. Ich lasse den Typen jetzt mal ausschreien. Der kotzt mich an. Dankeschön, dass ich jetzt auch mal was sagen darf. Ja, ich habe den Spielstand wieder bekommen. Also, es kann dann wieder weitergehen. Ich werde allerdings GTA 3 komplett neu aufnehmen. Allerdings werde ich die Missionen, was so richtig asozial waren, wie Sanitäter und Bürgerwehr, Feuerwehr, wo kein Bürgerwehr kann ich auch aufnehmen. Das war nicht zu ernst. Und Feuerwehr auch. Das ist jetzt nicht wirklich tragisch gewesen. Aber was ich auf jeden Fall nicht aufnehmen werde oder ein zweites Mal machen werde, das ist die Petro-Rallye. Genauso wenig, wie ich die Spazierfahrt im Park machen werde. Denn das sind zwei Sachen, die, was mich richtig ankotzen. Die werde ich auf gar keinen Fall machen. Irgendwie höre ich da noch was. Aber die sind da oben. Da oben, das Wack. Wisch ich dich ja auch zu Sack. Ich erwische dich natürlich nicht. Vielleicht von hier. Aber ich bin schon noch erwischen. Ha, 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 ha. So. Ja. Spielstand von GTA 3 ist also wieder da. Und diese Mission, wie gesagt, werde ich nicht nachholen. Nein, ich helfe dir nicht. Und ich habe das Spiel wieder so bekommen, wie ich es vorher hatte. Dass ich es ankert bekommen habe. Ich bin hier noch nie raufgegangen eigentlich. Ja. Okay, passt. Hat sich erledigt. Da kann man nichts machen. So gesehen habe ich es wieder zum Laufen bekommen. Alter Spielstand. Es wird komplett neu hochgeladen werden. Die Rampages werde ich ebenfalls nicht hochladen. Die sind... Ein bisschen nervig. Ich werde hauptsächlich nur die Hauptmission neu laden. Und in die Playlist werde ich dann... In der Playlist werde ich dann einfach die Videos packen, wie das dann einfach zusammengehört. Ich werde das eins zu eins nachbringen. Und ab einem gewissen Punkt werde ich dann einfach wieder das Spiel starten. Und da muss ich dann so oder so den Rest noch machen. Denn da habe ich noch ein bisschen vor mir. Und ich habe vor, das Spiel jetzt tatsächlich auf 100% zu beenden. Da gehört aber einiges noch dazu. Das ist mal der Großteil, was ich zu GTA 3 sagen kann. Uiuiuiui. Der wollte mich gerade krabschen. So, hier der White City habe ich ebenfalls Uncut zum Laufen bekommen. Das ist das nächste, was ich vorhabe zu machen. Ja, da kann ich einfach vorbeigehen und die dann so holen und zu der Tür da gehen. Dann habe ich Manhunt 2 vor, wieder erneut aufzunehmen. Das habe ich ja ebenfalls auf meinem Account hochgeladen gehabt. Aber es ist natürlich nicht so gut. Also die Aufnahmequalität war schon gut. Nur die Kommentarqualität war nicht so berauschend. Da war ich noch ein bisschen jünger. Ich höre noch Musik. Das heißt, es lebt noch einer. Also es wird der Großteil meiner alten Projekte, die werde ich neue hochladen. Bei Mainhand 1 weiß ich es nicht, weil... Da müsste ich das Spiel suchen, das besitze ich Gott sei Dank, ja. Aber wo ist der Typ? Ich werde es ärgern. Da muss doch noch Musik, da muss doch noch einer was sagen. Na, also ja. Und nur sie gesetzt zu Ende. Nicht? Doch ist sie. So, ich kann es nämlich leiden, wenn ich noch weiß, dass da irgendwo Gegner sind. Ja, GTA 3, White City, Manhunt, das ist alles erledigt. Das habe ich auch zum Laufen bekommen. Saboteur werde ich wahrscheinlich auch nochmal neu aufnehmen. Das habe ich auch zum Laufen bekommen. Ich habe auch wieder die Originaldatei von meinem alten PC. Die Videos habe ich zwar gelöscht, allerdings werde ich die, wie gesagt, neu komplett aufnehmen. Werde ich höchstwahrscheinlich mit Maus und Tastatur spielen müssen, da ich ja den Großteil meiner Games mit Controller spiele, dass ich über Steam funktioniert. Allerdings bei Mainhand 2 will das nicht funktionieren und bei Saboteur ebenfalls nicht. Ja. Und wie ihr es schon in dem Pokémon-Part erfahren habt oder werdet, hatte ich einige Probleme mit der Aufnahme. In der ersten Aufnahme von diesem Video habe ich quasi mich entschuldigt, warum kein Pokémon kommt. Und da war kein Bild und nur das Mikrofon. Dann habe ich ein paar Einstellungen vorgenommen, dann war das Bild richtig grottig. Es hatte Pixelfehler und, 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 und. Das wollen wir ja nicht haben. Also ich habe so ziemlich alles quasi dann zum Laufen bekommen, was ich zum Laufen bekommen habe. Jetzt passt eigentlich mit dem Sound, was ich mitbekommen habe, auch alles. Ich sollte irgendwas nicht passen, dann hole ich das. Nur irgendwie sollte ich dann schon mal wieder Videos hochladen. Denn, ja. Ja, das wird so machen. Ich habe, wie gesagt, große Projekte vor. Also jetzt die große Projekte. Ich habe viele Projekte, kann man sagen, habe ich vor. Dann werde ich auch noch Resident Evil 5 richtig spielen. Also das ist ja jetzt quasi nur, wo ich die Cupsins vordrücke und einfach nur, dass ich irgendwas spielen kann, nebenbei ich reden kann. Dass ich da einen Inputs geben kann, weil das immer noch besser als ein Black Screen. Ja, ich habe auch schon ein Logo und ein Banner in Auftrag gegeben bei einer netten Designerin. Sobald ich die zwei Dokumente habe, also die Dateien habe, werdet ihr es dann eh sehen auf meinem Kanal. Ich werde dann natürlich auch ein Video machen, wo ich sie namenslich erwähnen werde, also ihren Account. Natürlich werde ich sie auch verlinken, wenn ich darf. Muss ich sie dann eh noch fragen, ob er das recht ist. Und sie hat genau das gemacht, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Sie hat sogar noch verbessert, als ich was meine Vorstellung war. Das ist immer das Beste, wenn eine Designerin das sagt. Also sie hat auch einen YouTube-Account. Aber wie gesagt, das zu werde ich noch nichts erwähnen, erst wenn ich die Daten habe und auch wenn sie recht ist. Und natürlich werde ich sie noch fragen, ob ich sie verlinken darf, weil es soll ja nicht so sein. Dass ich irgendwelche Daten weitergebe, dass sie dann nicht mag. Was ich auch noch zu erwähnen habe, ist, dass ich ein gutes, lustiges Testvideo habe von GTA 3. Da haben mein Schulfreund und ich den Aufnahmen rumgewerkt. Und ja, da kam eine lustige Szene bei GTA 3 zustande. Die habe ich gelassen, weil die einfach zu gut war. Und weil da Sachen vorgekommen sind, die, was ich so noch nie erlebt habe in GTA. Ja, was the hell is it? Ich glaube, dass man die Tür aufmacht und einfach durchgeht. Schaut man zu, dass dieses Ding einfach daherkommt. Das, lieber Schäber, is a Uroboros. Aber warum schauen wir uns zu sein? Ja, Chris, ich hab schon verstanden. Geh weg, doch Chris. Das ist mir weg. So. ich fand es immer cooler dieses Ding mit Raketenwerfer zu töten, als wir mit dem Ofen also im Let's Play werde ich höchstwahrscheinlich den Ofen verwenden, denn... Oh, was ist das? Mein Gott, ich hab mir so nie aufgefallen, dass da grüne Soße, äh, braune Soße liegt Den Ring holen wir uns Ja Und jetzt können wir durch die Tür gehen Yay, Ofenraum verlassen Yeah Ja, ich hab versucht, ein Skin für Shever hinzuzufügen, aber irgendwie ist dieser Teil dann fehlerhaft und ich kann das Spiel dann nicht mehr starten, also starten schon, aber den Skin kann ich nicht starten Rutscht mich gerade voll an Das Emblem holen wir uns, ja, die Embleme werde ich auch zum Großteil dann hinzufügen, wo die sind Wegen, das weiß ich noch, quasi alles Denn Chris, danke schön So, damit würde ich sagen, AT Galaxy sagt Danke fürs Zusehen Ich hoffe, der Part hat euch gefallen, also Video-Informationen Das Video hat euch gefallen Wenn ihr mehr von mein Content, äh, sehen wollt, könnt ihr mir ja ein Abo da lassen Und wenn euch das Video wirklich, wirklich gut gefallen hat, könnt ihr mir eine Bewertung da lassen, das würde mich sehr freuen Und je mehr Leute mein Content supporten, so motivierter bin ich selbstverständlich, weil dann freut man sich, ja, dann sieht man, dass die Leute das eben machen, ansehen und, ja Join the Galaxy Das ist mein Motto Äh, ja, das können wir vorspielen, das brauchen wir nicht Ich vergesse es immer, dass ich ja nicht im Video bin Ja, Präzision 54,6 Gegner 21, gestorben 0, war eh klar Unter 10 Minuten, äh, ja, ich glaube, mein Rekord bei diesem Video liegt bei 6 Minuten oder so Bis müsste ich jetzt nachschauen, wisst ihr was, da schauen wir jetzt eigentlich gleich mal nach, das kann man eh nachschauen Äh, starten Kapitelauswahl Und, äh, Veteran Äh, Kapitel 1, 2 Ja, auf Veteran habe ich 4,24 Sekunden gebraucht, also 4 Minuten und 24 Sekunden Äh, Kapitel 1 Warum wird mir das da unten bei Gesamt nicht angezeigt Achso Ahja, okay, ich sehe schon, weil ich ein paar Kapitel auf Winteran noch nicht gespielt habe Aber ich finde es sehr interessant, dass ich für das gesamte Spiel nur 3 Stunden, 4 Minuten gebraucht habe Also ich bin da hier richtig durchgerusht Also wenn wir einige schon Spaß haben, ja, wie gesagt, das vollkommen, das ist, dass wir schon Wenn wir bei Statistiken stehen Ja, da kann man sehen 64% habe ich, äh, erreicht, also genutzt, bla 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 getötet Storben, dreimal über Wesker, einmal über Marginio, also so bin ich gar nicht gestorben eigentlich Getötet so viel Wie oft habe ich den Wesker eigentlich besiegt Krähe, einmal Jill, einmal, Wesker, dreimal Da seht ihr, wie oft ich das Spiel wirklich durchgespielt habe Richtig Ja, Granatenwerfer, aber ja, meiste Präsentationen, das ist richtig epic Ja, das können wir ja uns ja nochmal anschauen, wenn ich dann im Spiel selbst bin Ja, wie gesagt, ich sage danke fürs Zusehen, ich hoffe ihr hattet Spaß, ATGalaxy verabschiedet sich Bis dann Bis dann